Kein Foto, diese GNTM-Girls schickt Heidi Klum nach Haus So schnell kann die Reise bei Germanys Next Topmodel auch schon zu Ende sein. Am 8. Februar startete die Castingshow mit unglaublichen 50 Mädels in die Karibik. Nach der ersten Episode wurde die Menge dann aber gleich auf 29 Girls reduziert. In Folge 2 mussten insgesamt vier weitere Bautis ihre Koffer packen. Kurzfee, 24, wurde von Jury-Chäfin Heidi Klum, 44, schon nach dem Shoutout nach Hause geschickt, während Modelnachwuchs, 22, freiwillig das Handtuch schmiss. Wie immer schickt die Jury aber auch nach dem finalen Entscheidungswalk noch Mädchen zurück ins kalte Deutschland. Für, 22, und, 21, hieß es Abschied nehmen von den anderen Mädels, von der Karibik und vom GNTM-Traum. Denn, wie alle wissen, nur eine kann Germanys Next Topmodel werden. Nur eine bekommt den Vertrag bei ohne 1 Farbmanagement. Nur eine gewinnt das Preisgeld von 100.000 Euro. Und nur eine kommt auf das Koffer der deutschen Harper's Bazaar. Wie es bei Germanys Next Topmodel weitergeht, erfahrt ihr immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.